So, hallo und herzlich willkommen. Es ist nach Wipe und nach Patch. Wir sind übergehypt, wir haben heute schon eine Runde gedaddelt, haben schon wieder ein bisschen an Ausrüstung zusammengesucht und jetzt wollte ich mal speziell auf die Karten und Spawns und neuen Exits eingehen, das ganze System. Ist sehr nice auf jeden Fall, richtig fett gemacht, durchdacht, denke ich. Wir sehen, wie sie es noch rausstellt und wie sie es etabliert, aber ich denke, dass es eine richtig geile Scheiße ist und dass wir da richtig, dass die was richtig Cooles gemacht haben. Dazu aber später. Vergesst nicht, in einem anderen Video mitzumachen, hier verlose ich einen Gamma-Container und ja, seht ihr im anderen Video. Darauf will ich jetzt gar nicht groß reingehen und jetzt will ich euch das Ganze erklären, wie das Spawn-System funktioniert. Also als erstes müsstet ihr euch bei der Therapist die Karten kaufen. Die Customs war, glaube ich, heute Morgen schon ausverkauft. Ihr seht auch, 617 sind da gerade nur da. Die drei Karten kauft ihr euch. Die ganzen müssen in eurem Inventar sein, also in dem Gamma-Container. Braucht ihr erstmal drei Plätze. Ich hoffe, dass die später in die Dokumenttaschen reinpassen. Oder ihr nehmt natürlich nur die Karte mit, auf welche ihr geht, selbstverständlich. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn man als PMC reingeht, zum Beispiel jetzt auf Customs. Dann seht ihr hier die Karte. Da könnt ihr euch jetzt als erstes sogar ein Spawn aussuchen. Also ihr könnt hinten bei den Boiler-Tanks, hier ist Checkpoint, könnt ihr spawnen oder ganz normal, wie ihr es kennt, vorne bei Customs. Und jetzt kommt das Spannende. Also ist ja schon spannend, aber das Krasse ist, das sind hier die alten Exits. Ich muss mal gucken, kann man jetzt alle Possible Extraction Points, kann man die auch anzeigen? Jo, genau. Also, wenn ihr Customs spawnt, also wie ihr es kennt, habt ihr die alten Extraction Points, auch eben in der Tankstelle, in dem Einbunker oder in dem hinteren Bunker. Wenn ihr jetzt jedoch an der Boiler-Tanks spawnt, könnt ihr nicht hier bei den Exits raus, sondern ihr müsst komplett zurück ins Spawngebiet, quasi ins Customs-Spawngebiet. Und könnt hier einmal an der Kreuzung, am Trailerpark oder hier an dem Welcome-to-Tarkov-Truck extracten. Das Ganze ist mega nice, weil es einfach, by the way, hier oben ist, Dorms ist ein Wii-Exit, das und das hier ist ein Fragezeichen dran, deswegen weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, zeigt es dir dann an, wenn du in-game O drückst, zeigt es dir deine Exits an. Das heißt, es kann der hier sein, Roadblock, oder im Dorms. Das hängt aber, das variiert, die zwei sind dann sicher. Und genauso ist es hier auch auf der Seite. Da variieren dann die drei hier, wo ihr quasi rauskommt, wenn ihr bei Customs spawnt. Ist eine mega nice Sache, finde ich, weil jetzt war nicht so wie früher, dass man sagt, okay, so nach, weiß ich nicht, wenn hier Customs im Spawngebiet nichts mehr ist, dann sind die meisten, haben sich schon auf der Karte verteilt oder es gab halt noch welche, die noch ein bisschen länger gebraucht haben. Aber das Ganze gibt es jetzt nicht mehr. Ihr könnt jetzt im Prinzip nicht in Customs hier rumgammeln, eine halbe Stunde und dann hoffen, dass alle weg sind. Aus dem Spawngebiet, sondern hier die alle, was bei den Boilers gespawnt sind, müssen hier in den alten Spawnbereich von Customs quasi. Somit ist noch mehr Variation drin und man kann sich eigentlich jetzt im Prinzip überhaupt nicht mehr sicher sein, wo man ist und zu welchem Zeitpunkt vor allem, ob da noch Spieler kommen oder nicht. Also ich finde, das Ganze ist mega nice gemacht, einfach um noch mehr Schwierigkeit reinzubekommen, weil jeder kennt es, jeder wusste am Anfang, okay, ich bin hier gespawnt, dann ist wahrscheinlich hier nochmal einer gespawnt, hier nochmal einer und wenn jetzt vorne die schüssischen waren, ich habe schon einen getötet, dann kann das nur noch der sein, es gab es Spawn, alle hinten. Finde ich auf jeden Fall eine geile Erneuerung. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil sie auch hieß so, ja, keine Ahnung, muss man dann die Exits irgendwie random finden oder so. Ist auf jeden Fall nicht. Was ihr natürlich dafür braucht, ist die Karte. Wenn ihr die Karte nicht habt, spawnt ihr hier oder hier random plus, wie gesagt, wenn ihr dann O drückt, ich kann es euch mal zeigen, wenn wir dann in-game sind, drückt ihr quasi O, was ja auch die Zeit anzeigt, wie lange der Rate gibt, die wurde übrigens auch verlängert und dann zeigt es auch eure drei Exit-Möglichkeiten an, die ihr dann eben nutzen könnt. Die müsst ihr dann natürlich wissen, wo die sind, sonst könnt ihr nicht raus. So, wie ihr seht, sind wir jetzt hinten bei dem alten Exit gespawnt und das als PMC und ihr habt es auch jetzt gerade oben gesehen, wenn wir jetzt O drücken, kommen die sogar vier möglichen Exits. Hier dürfte ich jetzt theoretisch nicht extracten können, ja, weil es nicht mein Escape ist. Das heißt, ihr müsst euch dann eure Exits suchen. Hier sind sie jetzt auch nicht mehr eingezeichnet, also ihr müsst wirklich vorher euch wissen, wo die sind. Und mit O gesagt, wie gesagt, könnt ihr die Rest-Rate-Zeit und eure möglichen Exits herausfinden. Ja, finde ich auf jeden Fall eine fette Sache. Jetzt gucken wir noch gerade schon rein, wie das mit ganzen beiden Scaffs aussieht. So, jetzt sind wir als Scaff drin, auch wieder auf Customs. Übrigens, gerade hat sich der Gewinner gemeldet, Garrett01. Mit seiner E-Mail-Adresse werde ich auf jeden Fall gleich den Key raushauen. Viel Spaß damit. Und, ja, wie gesagt, in dem anderen Video gibt es noch den Gamma-Container zu gewinnen, beziehungsweise frage ich euch erstmal, ob ihr Bock auf einen Gamma-Container-Giveaway habt. An Silvester wird es nochmal eine Standard-Edition von Escape von Tarkov raushauen. So, jetzt sind wir als Scaff drin, Customs. Hier sieht es erstmal ein bisschen verwirrend aus. Das sind alles mögliche Exits, aber ihr habt keinen festen Exit und ihr habt einen Random-Entry-Point. Ihr könnt in eine Gruppe reingehen, das funktioniert noch, aber ihr könnt jetzt hier als Scaff nicht bestimmen. Ich will hier rein, ich möchte hier rein, ich möchte hier rein. Das geht einfach nicht. Extraction-Points, ja, Possible-Entry, ja, ist alles drin. Also ihr könnt überall hier spawnen und überall hier extracten. Und das müsst ihr dann einfach mit O gedrückt drücken, dann seht ihr, wo ihr raus könnt als Scaff. Es gibt also auch noch ein bisschen mehr Variationen, man weiß jetzt nicht mehr genau, wo kann der Scaff spawnen. Insgesamt finde ich es eine coole Aktion, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, wie sich das auswirken wird in den Spielbereich, aber die haben es echt gut gemacht und ich denke, dass es für alle jetzt eigentlich eine geile Aktion ist, weil es wieder ein bisschen mehr Randomness reinbringt und man sich noch weniger sicher sein kann auf der Karte, wo man ist. Ja, und dann würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr gut findet, ob ihr es schlecht findet, ob ihr lieber das alte wieder hättet oder was auch immer, oder was ihr anders machen würdet. Und dann sage ich vielen Dank für das Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!